Mein Bewerbungsgespräch ist sehr angenehm verlaufen. Es war eine sehr gute Gesprächsbasis gegeben. Mir wurde das Unternehmen die Aufgaben sehr gut und detailliert beschrieben. Wir haben relativ gleich begonnen zu besprechen, wie ich mich in die Firma einbringen kann, was ich für die Firma leisten kann. Und es wurde ja auch bereits zu diesem Zeitpunkt gefragt, wo sind die Stärken, wo sind auch die Schwächen, wo sieht man sich selber, wo will man hin, was dann dazu geführt hat, dass nach dem ersten Bewerbungsgespräch schon ein sehr positiver Eindruck mir gegenüber vermittelt wurde. Es ist jetzt nicht so, dass das ein Test ist über die inhaltlichen Sachen, aber wenn man sich für eine Stelle bewirbt, dann redet man normalerweise auch mit einer Person, die sich über die Thematik gut auskennt und seine Vorstellungen hat, was für eine Person er braucht und dafür sollte man dann schon vorbereitet sein. Das Wichtigste ist Ehrlichkeit und unter Ehrlichkeit verstehe ich auch, dass man das zugibt, was man nicht kann. Weil nur so können beide Seiten genau schnell abschätzen, funktioniert es oder kann es funktionieren. Künftigen Bewerbern kann ich nur raten, so authentisch und ehrlich wie möglich aufzutreten. Das ist einfach das Wichtigste.